Hi und herzlich willkommen zu Part 32 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Im letzten Part hat Mara einen Antrag bekommen von Jonas und der war zwar anders, als ich geplant hätte, aber trotzdem ganz schön. Also wir sind zusammen nach Tatosa gefahren und dort hat er ihren Antrag gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich gerade im Amazing Life Let's Play Windburg besucht und gesehen, dass da ein wunderschöner Ehegarten ist. Jetzt ärgere ich mich natürlich ein bisschen, weil ich ja den Antrag echt planen wollte und der Ehegarten wäre so schön gewesen für diesen Antrag. Aber hey, man will sich nicht beschweren. Jetzt sind die beiden verlobt, das ist sehr schön. Und ich habe mir überlegt, das wäre doch richtig cool, wenn wir vielleicht eine Schwangerschaftshochzeit machen. Das heißt, eine Hochzeit, während Mara schwanger ist. Das sieht nämlich immer richtig schön aus auf den Bildern, finde ich. Da können wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie timen können. Wir hatten ja am Ende vom letzten Part nochmal Liebe gemacht mit Jonas und ich glaube zwar, dass Mara ihre Periode hat, aber jetzt sehe ich gerade nichts mehr davon. Vielleicht hat es ja schon geklappt. Mal gucken. Das wäre natürlich toll, denn ihr wünscht euch auch mehrere Kinder in diesem Let's Play. Und ich habe euch ja schon angekündigt, dass wir das so machen werden, dass wir Moritz dann in die zweite Wohnung setzen und das mit Ladebildschirm sein wird, also über das Apartment, über diese Apartment-Funktion, die neu mit dem neuen Pack reinkommt. Ist zwar blöd, weil wir dann jedes Mal laden müssen, aber ich glaube, das ist trotzdem cool, weil dann haben wir Moritz bei uns. Wir können ab und zu mal ein bisschen mit ihm spielen. Aber der Hauptfokus liegt eben dann auf Mara und Jonas, so wie es halt von Anfang an auch sein sollte. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir Moritz' Karriere noch auf Level 10 bekommen, dass irgendwas vorfällt auf der Arbeit und er seinen Job schmeißt und er mit Bonnie glücklich werden kann, weil das ist nämlich unser Ziel. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in den Part. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Jetzt gerade ist noch die Family da, Maras Mom ist da, ihr Bruder und auch die Oma von, also die Stiefmama von Jonas sozusagen. Mit denen quatschen wir jetzt allen mal ein bisschen. Ich lasse jetzt mal hier die Beziehung weiter hochgehen. Wir machen ja gerade dieses Verlobungsessen, also es ist praktisch so eine Verlobungsfeier, Ja, das ist, was ich sagen wollte. Och, Mara, ich könnte mir so gut vorstellen, auch mal auf den Kleinen aufzupassen. Das würdest du tun? Na, 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 natürlich! Ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Natürlich passe ich auf den Kleinen auf. Er ist ja so ein Schnuckel. Und ich habe immer auf alle Kinder von meinen Tochtern, von meinen Töchtern aufgepasst. Also von natürlich Spencer und Claire, ne? Also ich habe immer auf die Kinder aufgepasst. Ich bin gut darin. Äh, die Kinder mögen mich. Vielleicht, wenn du mal spontan wegbuchst oder so, dann kann ich dir sehr gerne helfen, auch mit den Kindern. Oh, das ist echt ein tolles Angebot. Da komme ich bestimmt gerne drauf zurück. Danke dir. Oh, sie ist halt ein bisschen irre, ne? Da müssen wir echt ein bisschen gucken. Ihr habt mir auch gesagt, dass ihr Mara gar... Also es kam der Kommentar, der war jetzt nicht oft geschrieben, aber dass Mara ja so viel arbeitet und ob das wirklich Sinn macht, dass sie mehr Kinder bekommt. Und definitiv, also je höher sie ja in der Karriere steigt, desto weniger Stunden muss sie ja arbeiten. Guck mal, sie hat drei Tage die Woche frei. Und jede... Also es ist ja klar, dass sie irgendwann noch wieder arbeiten gehen muss. Deswegen wird sie ja trotzdem nur super Mom werden. Ich sehe sie da voll als Karrierefrau und Mutter. Eieiei, die beiden haben gerade... hat irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wir reden mal über Kochen, weil wir ja wissen, dass Rudi gerne kocht. Nicht gemein sein. Oh, Mara! Oh, das ist echt gar nicht so einfach, sich mit Rudi gut zu verstehen, ne? Wir machen mal ein Kompliment über ihr Outfit. Reden mal über den Weltfrieden. Granny, Rudi ist halt auch ein bisschen crazy, ne? Und das merken wir halt leider auch immer wieder. Okay, es ist wieder ein bisschen hochgegangen. Super. Wie geht es denn dem Kleinen? Der macht hier Nickerchen, gell? Oh, süß. Wie er da liegt und schläft, ne? Moritz, was geht bei dir? Oh! Es ist so lieb von dir, Moritz, dass ich dein Fitnessstudio mal ausprobieren darf. Äh, ja? Ja, wirklich. Also, ich komme wirklich gar nicht zum Sport bei mir zu Hause. Und du hast ja alle Geräte da. Oh, kein Problem. Och, nicht schon wieder, Leute. Oh, Moritz und Jonas flirten schon wieder. But why? Ich habe das doch ausgestellt. So, Romanze blockieren mit Jonas. Gott, der hat so viele Romanzen, ey. Ja, löscht das. So, dann zeig mir mal bitte deine Fähigkeit. Schelm aufziehen. Ja, dann arbeite da doch nochmal ein bisschen weiter dran. Okay, ja, das ist... Oh, er muss zur Arbeit. Na toll. Oh Mann, es ging schon wieder runter. Verdammt. So, Mara, guck mal. Du kannst mal nach deinem Kleinen sehen. Oh Mann, er ist halt einfach ein Werwolf, Leute. So crazy. Oh, was hast du gelernt? Er kann jetzt kriechen. Oh, wie mega. Und? Sitzen, oder was? Oha, voll das Powerkind. Kann er jetzt von A nach B robben, eigentlich? Ich übe nochmal eine Runde. Ich glaube, wir können aber mit Mara keinen Schwangerschaftstest... Können wir. Aber, hm. Ich glaube, ich würde sie lieber nochmal Liebe machen lassen heute Abend. Und dann soll sie nochmal einen Schwangerschaftstest machen. Kann er jetzt krabbeln? Er kann jetzt mit Spielsachen spielen. Das ist natürlich cool. Mara, wir hatten doch letztens... Du erinnerst dich vielleicht an die Nacht. Du meinst nach der Verlobung? Ja, genau. Hattest du zufällig einen Schwangerschaftstest gemacht? Hm, nein. Meinst du, es könnte was passiert sein? Ich hatte kurz vorher noch meine Periode. Ha, okay. Nee, ich dachte nur, es wäre ja irgendwie schön, oder? Wenn die Kinder nicht so weit auseinander wären. Du meinst, wenn wir ein zweites Kind bekommen und es nicht so weit auseinander ist von Felix vom Alter her, oder was? Ja, ja, genau. Das wäre schon irgendwie cool, oder? Ja, das stimmt. Das wäre schon cool. Dann wären die alle aus den Gröbsten raus, wenn wir immer noch jung sind. Ja, genau. Ha, also ich kann natürlich einen Test machen, aber wir könnten es auch einfach noch ein paar Mal versuchen. Was meinst du? Ich meine, wir werden es eh merken. Ja, klar. Können wir auch machen. Wollen wir kurz hochgehen? Ich glaube, der Kleine ist hier eh gerade beschäftigt. Oh mein Gott, der kann ja jetzt da rumrutschen. Ja, okay. Dann lass uns kurz verschwinden. Okay. Er ist so ein kleiner Überflieger. Und wir müssen natürlich jetzt so tun, als wären schon wieder ein paar Tage vergangen, weil das ist natürlich super unrealistisch, direkt nach dem Dächtelmechtel einen Schwangerschaftstest zu machen. Aber wir sind ja auch ein bisschen neugierig, ne? Wir sind ja schon noch ein bisschen neugierig. Und ich könnte mir vorstellen, wir müssen mal drüber nachdenken. Warte mal, habe ich hier überhaupt den Stammbaum drin? Lass mich mal gucken. Ich habe hier im Spiel gucke ich nie nach Stammbäumen. Oh mein Gott, der ist ja wirklich da, der Stammbaum. Oh, ich habe mir den hierüber noch nie angeschaut, weil ich den ja immer selbst mache. Boah, apropos, ich glaube, ich muss noch den Kleinen aktualisieren, oder? Auf der Webseite. Boah, ja, ich habe ihn noch gar nicht aktualisiert. Oder muss ich gleich mal in den Kast gehen? Dann gehen wir kurz in den Kast. Dann mache ich mal schnell ein Foto von allen. Und was ich eigentlich sagen wollte, erzähle ich euch gleich, sobald ich die Fotos gemacht habe von den einzelnen Persönchen. Äh, ne? Okay, gut. So einmal von Mara. Und da ich immer wieder Nachrichten bekomme, mit welchem Tool ich diese Screenshots mache, das mache ich einfach mit dem Snipping-Tool. Das ist ein Tool, das über den Windows, also Windows 11 jetzt, oder ich glaube auch Windows 10, vorinstalliert ist. Da könnt ihr einfach mal auf eure Windows-Taste drücken und dann Snip eingeben. Dann kommt die Automatisch auf das Snipping-Tool. Das ist ganz praktisch. Kann ich sehr empfehlen. Moritz ist halt auch so ein Süßer, ey. Ich glaube, das bleibt auch eine Red Hat Family. Also, ich finde es so krass, über wie viele Generationen wir jetzt die Rothaarigen durchgezogen haben. Wobei natürlich auch ein paar davon nicht rothaarig waren, ganz klar. Aber ich meine, Skylar war ja auch schwarzhaarig oder sehr dunkelhaarig. So, und noch den Kleinen. Oh, hallo. Oh, mit seinen großen Augen. Gott. Genau, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt in den letzten Generationen relativ wenig Kinder hatten. Also, Mara und Moritz plus Liam. Also, es waren drei Kinder, das sind schon viele, ne? Aber die Generation davor gab es ja nur Skylar. Der hat mir nur ein Kind. Und die Generation davor hatten wir aber super viele Kinder. Und ich könnte mir forschen, dass sie ein bisschen wie Romy eben auch gerne viele Kinder möchte. Und wenn dann Moritz noch ein, zwei Kinder bekommt, das fände ich einfach richtig schön irgendwie. Ja, wir könnten jetzt schon einen Test machen, ne? Komm, wir machen einen. Oh, guck mal, wie er jetzt robben kann. Da ist der Papa ganz stolz. Er liebt Geräusche. Süß. Okay, Schatz, dann mach ich jetzt einen Test, okay? Äh, ja, klar. Wow, okay. Aber dann können wir keinen Sport mehr mit Mara machen. Ich wollte ihr ein bisschen mehr Fitness noch geben. Also, dass sie ein bisschen mehr Sport macht noch für sich und ihren Körper. Wobei sie beim letzten Mal sich den Knöchel verstaucht hat. Also, vielleicht mag sie auch einfach keinen Sport. Wobei doch. Ich glaube, sie mag nämlich Sport. Sie hat ja als Kind... Oh mein Gott, was? No. Es hat direkt geklappt. Es hat direkt geklappt. No way. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Aber das ist voll süß. Weil dann sind die wirklich nicht so weit auseinander. Toll. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Jonas, wir müssen talken. Obacht. Oh mein Gott, warte mal. Da gibt es doch auch wieder dieses Schöne, ne? Das mitzuteilen. Romantisch ist das, glaube ich. Schwangerschaftsnews teilen. Jonas? Ja? Ich muss dir was erzählen. Was denn? Also, schau mal. Äh, wow. Nicht dein Ernst. Doch, Jonas. Es hat direkt geklappt. Das ist... Es kann doch gar nicht sein. Doch. Ich habe es auch nicht geglaubt eben. Aber es ist so. Der Test ist positiv. Der war so schnell positiv. Ich konnte gar nicht so schnell schauen. Oh mein Gott. Aber gut, lass uns natürlich erst mal zum Arzt gehen. Ja klar, der Arzt soll das bestimmt bestätigen. Dann sind wir uns sicher. Aber wie krass, oder? Also der ist direkt positiv. Ey, wow. Mara, ich bin so happy. Ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Uff. Okay. Und jetzt kriegen wir vor der Hochzeit vielleicht noch ein Kind, hä? Ja. Oder während... Also wir können auch vorher noch schnell heiraten. Oh, das ist so schön, Leute. Die sind so süß auch, die beiden, gell? Mmh. Seht ihr das Glück in ihren Augen? Ich kann es echt nicht in Worte fassen. Ey, wie schön ich die beiden finde zusammen als Pärchen. Es ist einfach nur schön. Es ist so schön. Hast du gehört, kleiner Felix? Felix, du wirst großer Bruder. Das ist so aufregend, oder? Freust du dich, Felix? Und Felix denkt sich nur so, Alter, was geht ab? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Baby. Wait. Erste Baby nach ihm im Stuhl probieren. Das geht jetzt. Let's do it. Okay, Felix kann sein Zehen in den Mund nehmen. Das ist natürlich auch aufregend. Ihr ist direkt übel wegen der Schwangerschaft. Wie aufregend. So, setz ihn mal hier hin. Soll mal Süßkartoffelbrei probieren. Oh, wir müssen den Napf füllen. Oh, sorry. Schau mal, Schatz. Hier kannst du mal probieren, hä? Oh, erstes Mal Brei, Leute. Süß. Oh, wait. Das machen wir als richtiges Foto, hä? Für die Wand. Ich meine, das ist schon ein Highlight, wenn unser Kind das erste Mal Brei isst. Wo ist denn die Kamera? Da kommt unser armer Hund, ey. Der kriegt jetzt direkt mal was zu fressen. Oh, wir haben vor lauter Baby gar nicht mehr nach dem Hund geschaut. Das geht natürlich nicht, Leute. Macht doch schnell ein Foto. Oh, Mann. Das ist nix geworden. Also, Süßkartoffelbrei-Püree. Mag er schon mal? Jetzt probieren wir es noch mit Haferflocken. Nein! Er hat jetzt keine Arbeitsrivalität. Oh, Gott. Aber süß. Guckt mal, das habe ich gemeint. Oh, Goldig. Guck mal. Nee, Mann. Moritz hat jetzt keine Arbeitsrivalität, Leute. Das ist so nervig. Der kann nicht befür... Aber der wird den sabotieren bis zum geht nicht mehr, ne? Weil bei meinem anderen Let's Play auf dem Twitch-Kanal, beziehungsweise meinem zweiten YouTube-Kanal, habe ich das Problem auch gehabt. Und die Arbeitsrivalität, ich konnte nichts dagegen tun. Die ging einfach nicht weg. Das ist mit Connor, okay. Er wird ihn halt versuchen zu sabotieren, ist klar. Aber es ist ja so nervig, ne? Ich lasse ihn jetzt mal hier sitzen und dann soll er mal in Foren provozieren weiterhin. Oh, es ist schon 1 Uhr morgens. Wir sind ja immer noch wach. Oh mein Gott, wir müssen mal schlafen gehen. Machst du mal in die Windel, kleiner Schatz, bitte? So, die Mama hebt dich mal hoch und bringt dich mal oben zum Windel wechseln. Oh, Jonas könnte mal... Oh, vielleicht kann es Moritz machen. Weil Moritz hat doch so eine gut... Oh nein, jetzt haben wir einen Windelplatzer gehabt, oder was? Moritz kann doch so toll handwerkliche Sachen machen. Vielleicht kann der ein Kindermobile oben anbauen am Kinderbett. Das fände ich voll schön. Mara hat jetzt die freudige Nachricht noch nicht erzählt. Wahrscheinlich, weil sie noch warten will, bis sie im zweiten Trimester ist. Könnte ich mir vorstellen. Oh stimmt, wir müssen ja noch ein Portrait machen von Felix. Ja, das müssen wir noch zurecht drücken. Und ich glaube, Jonas hat das Bild gemacht, ne? Ja. Ah, wohin denn mit dem Bild? Süß, guck mal, wie er seinen ersten Brei probiert. Oh, wo ist es? Hier, oh. So, Moment, das schiebe ich jetzt mal zurecht. So, mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich habe ja diese Portrait-Mod von Ravashin im Spiel. Das ist diese hier. Damit kann man ja diese tollen Portraits machen. Wir ignorieren natürlich jetzt, dass sie da Schlafanzüge anhaben auf diesem Bild. Und ich habe ja gesagt, dass ich das cool finde, wenn wir dann so die Kinder hier hin machen. Und wie wäre es, wenn wir die alten Bilder von den Kids, jetzt aber auch behalten, dass wir so ein, wisst ihr, so ein Entwicklungsding auch haben. Dass wir nach unten hin praktisch auch immer die Kinder machen, wie sie älter werden. Ich glaube, das könnte richtig schön sein. Ja, das machen wir. Dann machen wir hier, sobald er zum Kleinkind wird, machen wir noch ein Kleinkindfoto, Kindfoto, Teenagerfoto und so weiter. Oh, richtig schön, oder? Ja, das wird gut. Kann man die Bilder eigentlich umbenennen? Ah, hier, Adfoto-Deskription. Hä, okay. Schwangerschaft mit Felix. Oh, süß, Leute. Toll. Weil das nämlich auch, weil wenn wir mehrere Kinder kriegen, müssen wir ja wissen, mit welchem Kind wir da schwanger waren, ne? Hier können wir, glaube ich, auch einen Namen geben. Erster Brei. Felix. Das sind so schöne Erinnerungen, ey. Toll. Ich liebe es so sehr. Leute, ich liebe das so, so sehr. Das Let's Play ist einfach toll. Ist auch so ein schönes Let's Play einfach. Ich meine, ja, es heißt Recht und Unrecht. Und ja, wir hatten auch ein bisschen Drama. Und Moritz ist ja Verbrecher. Also, schwierig. Aber es ist trotzdem einfach so schön. Oh, wir hatten sein erstes Schaumbad jetzt gehabt. Und sein erstes Bad. Okay, perfekt. Oh, Mara. Ja, du bist jetzt natürlich schwanger, ne? Girl. Geh mal auf die Toilette. Ich weiß gar nicht, ob man als Schwangere überhaupt Yoga oder irgendwie sowas machen kann. Ich glaube nämlich nicht. Und dann kannst du dich mal schlafen legen. Jonas, wie läuft es bei dir eigentlich auf der Arbeit aktuell? Bücher lesen nicht begonnen. In sieben Stunden musst du arbeiten. Ich glaube, du bist relativ gut ausgeschlafen schon, ne? Dann geh doch schon mal runter und lies. Oder hast du ein Buch einstecken? Dann könntest du einfach liegen bleiben. Ah, nee. Du musst runter. Oh, nach dem Garten könntest du auch mal wieder schauen, ne? Ah, dass du vielleicht zwei verschiedene Bücher liest. Die Suche nach deinem Vater nochmal. Dein eigenes Buch liest. Ja, okay. Und die sind eingegangen, weil Winter. Das ist in Ordnung. Moritz schläft auch noch. Der soll auch noch ein bisschen schlafen. Ja, Jonas hat es sich jetzt hier gemütlich gemacht mit seinem Buch. Das ist gut. Oh, der Kleine ist auch schon wach. Schatz, du sollst schlafen. Kannst natürlich auch herumtollen, aber wäre auch einfach gut, wenn du schläfst. Komm, schlaf. In die Haier gehen. Oh mein Gott, Leute. Das Baby ist da von Spencer. Spencer Milland hat ein weibliches Baby mit Claire Milland bekommen. Wie aufregend. Da müssen wir hin. Das werden wir uns für den nächsten Part vornehmen. Dass wir den nächsten Part die beiden besuchen und das Baby willkommen heißen in der Familie. Ich bin so gespannt, welchen Namen sie dem Baby gegeben haben. Wie aufregend. Süß. Dann könnten wir vielleicht im nächsten Part auch ein Umstyling machen, dass wir das Baby direkt zum Säugling werden lassen. Oh mein Gott. Und dann ist das Kind ja genauso alt wie die. Oh, wie Felix. Dann können die immer miteinander spielen. Süß. Jonas hat hier ein bisschen aufgeräumt. Du solltest eigentlich noch lesen. Aber dann mach mal Frühstück für deine wundervolle Frau und Mutter deiner Kinder. Deiner zukünftigen Kinder zumindest. Machen ja mal einen tollen Obstsalat. Und Mara ist jetzt auch aufgewacht. Sie hat die Nachricht bekommen und freut sich jetzt natürlich mega. Ich glaube, sie ruft auch gleich mal bei Claire an. Claire, herzlichen Glückwunsch. Ich bin so glücklich. Wie lief die Geburt? Wie geht's euch? Alles gut? Oh, das ist so toll zu hören. Ich wollte euch auch gar nicht stören. Ich wünsche euch alles Gute. Und wenn du möchtest, kommen wir euch bald besuchen. Ja? Oh, super gerne. Na klar. Erholt euch jetzt gut, ihr beiden. Ach, schön. Oh, ich glaube, wir müssen ihn mal stillen. Ich glaube, der hat da... Ja, wir stillen ihn lieber. Vielleicht schläft er dann auch wieder besser. Jetzt ist er eingeschlafen. Gut. Jetzt lassen wir ihn schlafen. So, Mara, dann komm doch mal runter. Dann spiel mal ein bisschen mit Murphy. Vielleicht auch mal bürsten. Mal fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, der könnte auch mal wieder in die Wanne, nämlich. Wie hast du geschlafen, Schatz? Ach, ganz gut eigentlich. Ich bin echt total gespannt, wie das wird mit dem neuen Baby. Und wann gehen wir zum Arzt, Jonas? Ich würde einen Termin ausmachen. Wann passt dir denn? Ja, egal wann. Ich nehme ja frei, wenn es sein muss. Oh, das ist toll. Ja, ich würde mal schauen, ob wir vielleicht die Tage jetzt dann direkt können, ja? Nächsten Part vielleicht, meine Lieben. Dann erfahren wir bestimmt auch schon, ob es ein oder zwei Babys werden. Denkst du, es könnten zwei werden? Ich meine, ich bin ein Zwilling. In unserer Familie liegt es schon irgendwie in den Gehen. Es kann schon passieren. Und dann, oh, das wäre wirklich verrückt, oder? Das wäre wirklich verrückt, ja. Vor allen Dingen, ihr Lieben, wir können mal gucken, ob wir im nächsten Part vielleicht einfach nur erfahren, ob es ein oder zwei werden. Und dann nochmal einen Termin machen fürs Geschlecht. Weil das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, weil das ist ja nicht so, dass man es immer direkt sieht. Ja, Murphy muss in die Wanne. Das macht Moritz. Hey, Moritz, wie geht's dir? Oh, Mara, du strahlst aber schon wieder über alle Ohren, ey. Alles in Ordnung? Alles so super, ja. Aha. Oh Gott, deine gute Laune am Morgen ist ja echt ein bisschen unangenehm. Moritz! Wirklich wahr, voll unangenehm. Wie geht's, Bonnie? Ich weiß nicht. Hast du sie gar nicht angerufen gestern? Nein, ich ruf sie doch nicht jeden Tag an. Außerdem hatte ich gestern auf der Arbeit zu tun. Oh nein, was ist los, Moritz? Erzähl's mir. Ach, ich hab so einen Kollegen von früher. Ich kannte, ich kenn den sogar, ne, von früher. So ein richtiger Lappen, ey. Auf jeden Fall, der macht mir gerade ein bisschen das Leben schwer auf der Arbeit. Oh nein, Moritz, kann ich dir irgendwie helfen? Nein, Mara, kannst du nicht? Okay, Entschuldigung, ich wollte dir meine Hilfe anbieten. Sei doch nicht gleich so. Ja, keine Ahnung. Mara, hast du irgendwie zugenommen? Moritz, sag mal, was ist mit dir? Du kannst doch nicht einfach so eine Behauptung aufstellen. Es war eine Frage. Nee, hab ich nicht, okay. Okay, sei doch so. Also, äh, pff. Auf jeden Fall, du solltest Bonnie anrufen. Sie ist so nett. Ja, sie ist wirklich nett, oder? Sie ist wirklich toll. Und ich mag sie echt gern. Und sie hat so toll auf den Kleinen aufgepasst. Äh, wir haben aufgepasst. Ja, ihr habt toll auf ihn aufgepasst. Wann siehst du sie denn wieder? Ja, ich denk mal, dass ich sie später einlade. Weißt du, der Tag gestern war so scheiße. Und ich brauch irgendwas Schönes, bevor ich später wieder auf die Arbeit muss. Das verstehe ich, ja. Ach Mann, wie schön. Und seid ihr schon zusammen? Also, so ein festes Pärchen? Wir sind doch keine Zwölf mehr, dass man das labeln muss. Doch, schon. Man muss schon wissen, ob man ein festes Paar ist oder nicht. Nee, doch, Moritz. Stell dir mal vor, sie kriegt noch jemand anderen kennengelernt. Dann ist sie vielleicht schneller weg, als du gucken kannst. Meinst du? Na klar, du musst ihr schon klar machen, dass du was von ihr willst. Ich weiß nicht. Moritz, natürlich. Wirklich? Ja. Ja, ich frag sie dann vielleicht irgendwann mal, ob sie meine Freundin sein will. Aber jetzt doch noch nicht. Naja, du musst es wissen. Muffy, du stinkst ganz schön. Sollten wir mal mit dir in die Wanne gehen vielleicht, ha? So, wie läuft es mit dir mit dem Lesen? Vielleicht noch ein Buch? Er hat sich nochmal die Suche nach dem Vater geholt. Vielleicht kann er auch mal seinen Dad anrufen. Wenn er gleich fertig lesen ist. Wer ruft Mara hier an? Claire ruft an. Ah, schön. Sie hatte sich ja mit jemandem getroffen. Oh je, oh je, oh je. Da wurden ein paar Katzen adoptiert. Wieso hat dieser Mensch so viele Katzen? Ich muss mal ganz kurz in den Welten verwalten Modus. So, und dann muss ich mal bei Nachbarschaftsgeschichten schauen, was ich da so aktiviert habe. Guck mal, wie kann denn das sein, dass die Haushalte schon wieder so viele Katzen und so haben, obwohl ich sage, dass sie nichts adoptieren dürfen und so? Ich habe halt extra die Haushalte eingeschränkt. Naja, gut, vielleicht habe ich das auch erst später gemacht. Weil sonst passieren da, wie gesagt, immer ganz wilde Dinge. Und mein Spiel fängt krass an zu laggen. Boah, die haben auch viele Kids gekriegt, ne? Aber ich glaube, das war auch vorher schon so. Ja, ich glaube, das ist alles schon vorher gewesen. Und wer weiß, wie lange der Sim schon gelebt hatte, ne? Okay. Nee, passt. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich euch nochmal zeigen möchte. Ich glaube, ich habe das vor, keine Ahnung, ein paar Parts schon mal gemacht. Aber ich möchte es euch gerne nochmal zeigen. Weil wir uns eben den Stammbaum angeschaut hatten. Ich habe auf meiner Webseite extra den gesamten Stammbaum nochmal hinterlegt. Auch nochmal mit den ganzen Familienangehörigen und so. Weil ich das einfach schön finde, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, außerhalb meines Let's Plays, während ich schaue, auch schauen zu können, wie die Familie so zusammengestellt ist. Dazu könnt ihr einfach auf meine Webseite gehen, in sandra.com. Und da gibt es dann, wenn ihr auf Challengeübersicht geht, hier die Hillegas Legacy. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich diese Seite. Und da seht ihr auch nochmal die Let's Plays. Und eine kleine Info zu den Generationen, falls ihr vielleicht die anderen Generationen nicht geschaut habt. Und wenn ihr weiter runter scrollt, seht ihr den Stammbaum der Familie. Ich habe hier an der Seite auch nochmal das entsprechende Let's Plays gekennzeichnet. Sodass ihr halt auch schauen könnt, wer nochmal zu wem gehört hat. Also in Design waren halt Romy und Marcel. Mit denen hat es offiziell begonnen. Natürlich hatte Romy auch Eltern. Aber die waren eigentlich nur da, damit wir eine Startstory haben. Aber Romy war ja unsere erste Simmon. Dann das nachhaltige Leben Let's Plays. Die sind ja mittlerweile alle schon verstorben. Das einfach tierisch Let's Plays. Da sterben sie leider nach und nach jetzt auch. Also es geht schon los. Benjamin und Annika sind leider schon verstorben. Und jetzt leben noch Skylar und Max. Genauso wie ihre Cousine Sarah und ihr Cousin Henrik. Und ja, so sieht es aktuell aus. Charlotte lebt. Die habt ihr, glaube ich, auch noch nicht richtig kennengelernt. Ich habe die auch gar nicht auf dem Schirm. Aber vielleicht können wir die auch irgendwann mal aufsuchen. Mal mit ihr ein bisschen quatschen. Weil da scheint ja die Familiengeneration noch ein bisschen weiter zu gehen. So sieht es auf jeden Fall aktuell aus. Ich habe mal bei Felix dazu geschrieben, kleiner Wolf. Aber das wird wahrscheinlich, ihr weiß nicht, ob das, wie gesagt, bleibt. Oder ob ich die Info überbrauche. Weil bei Mara und Moritz habe ich jetzt auch nicht geschrieben, dass sie schlummernde Wölfe sind. Weil man das auch gar nicht richtig lesen kann, sehe ich gerade. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen schärfer hinkriege. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Stammarm. Da könnt ihr immer nachschauen. Ihr müsst einfach nur Insandra.com oben bei der Suchleiste eingeben. Da kommt sie auf meine Website. Da habe ich ja meine ganzen anderen Challenges auch verlinkt. Da kommt jetzt eine ganz neue Challenge mit dazu. Die heißt The Seasons Gold Digger. Kleine Werbung kurz am Rande für meinen eigenen Kanal. Diese Challenge spiele ich live auf Twitch. Und die Videos dazu, also die Streams, lade ich immer am selben Tag hoch. Und die kommen dann auf dem Insandra Streams YouTube-Kanal. Auf meinem Zweitkanal sozusagen. Da findet ihr die Challenge-Regeln dann auch hier. Okay, was geht jetzt hier noch ab? Also wir sind einfach schwanger. Das ist doch verrückt, ey. Das ist doch wirklich verrückt. Vielleicht schaffen wir es doch schon, diesen Part zum Arzt. Dass wir wenigstens wissen, ob es eins oder zwei Babys werden. Würde uns schon interessieren, oder? Also wie ich euch kenne, würdet ihr euch freuen, wenn wir das jetzt machen. Nee, nicht weglegen. Stopp. Du musst es nochmal lesen. Jonas, come on. Wieso kommst du... Hast du dich jetzt da rein manövriert? Och. Ey, warte mal. Jetzt muss er zur Arbeit und er hängt hier aber fest. Ich habe ihn mal da raus teleportiert. Nee, Mara, keine Schelmfähigkeit aufbauen. We don't like the Schelmfähigkeit bei dir. Moritz, ja, aber doch nicht du. So, der Kleine schläft wieder. Und Moritz, was machst denn du da jetzt eigentlich? Komm bitte nach Hause. Hast du Murphy schon... Ja, ich bin mir ganz sicher, dass er Murphy gebadet hat, weil es ist alles nass. Gebaden, gebadeten. Es gibt manche Wörter, die fallen mir schwer. Das ist baden, gebadet, gebaden. Kann ich nicht. Manchmal ist es schwierig. So, weck doch mal den Kleinen, dass der mal hier aufsteht, weil der muss jetzt was essen. Dann lass uns doch vielleicht, wenn Jonas von der Arbeit kommt, der soll mal fleißig arbeiten. Und wenn der von der Arbeit kommt später, würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Frauenarzt und erfahren, ob es ein oder zwei Babys sind. Hallo, mein Schatz. Guten Morgen. Na, Felix, hast du gut geschlafen? Komm mal her. Moritz soll mal hier hochkommen. Der soll mal helfen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da wieder hin kann. Wahrscheinlich kann der da wieder nicht hin, ne? Ich teleportiere ihn mal rein. Okay, was soll ich da jetzt machen? Kannst du bitte dieses mobile anbringen? Das wäre so toll. Moritz, du bist so geschickt im Handwerk sein. Schleimst du gerade? Nein. Aber du bist doch so geschickt und könntest du es bitte machen? Jonas hat nicht so den Handwerksfinger, weißt du? Der macht das meistens ein bisschen schepp und krumm. Ich liebe ihn sehr, aber das kann er nicht so gut. Ja, lass mich es anschauen. Klar kann ich das machen. Toll. Kann ich dafür euren Computer benutzen? Meiner ist halt irgendwie so langsam. Äh, ja, klar kannst du machen. Dann kann er hier nämlich noch ein bisschen den Foren provozieren. Und Mara kümmert sich mal um den kleinen... Mara, die ganze Zeit ihr Außending an. Man sieht schon ganz leicht die Wölbung, gell? Okay, dann bring ihn mal hier hin. Oh, Plagiatsvorwurf. Ein Blogger einer Konkurrenzseite verfasst einen Eintrag nach dem anderen darüber, dass Jonas seine Ideen gestohlen hat. Oh, das hatten wir letztens schon mal, ne? Ich würde sagen, da er schon mal Erfahrungen damit gemacht hat, das ignoriert hat, und ich glaube, das nicht so gut war, ich erinnere mich jetzt aber auch nicht mehr so genau, würde er sich verteidigen. Jonas hat eine scharfe Erwiderung verfasst und jetzt kennt die Welt die Wahrheit. Gott sei Dank, Leistungsverwärtserung. Komm, Mara, zieh dir mal bitte was anderes an. Ich meine, ja, das ist ein bisschen kalt zu Hause, aber du hast auch ein anderes kaltes Outfit. Und dann kannst du vielleicht mit Felix stehen üben, weil der ist echt schon so weit, dass du mit ihm stehen üben kannst. Oh, das sieht komisch aus. Okay, cool. Und dann vielleicht auch krabbeln üben. Oh, danke, Moritz. Das sieht so schön aus. Das wird ihm gefallen. Ah, kein Problem, klar. Was kann er jetzt? Unser Überfliegerkind. Kann winken. Oh, süß. Meine Nichte kann auch winken. Das macht ihn mal so toll. Ist hier zu wenig Platz vielleicht? Ah, jetzt macht es. Nee, das ist zu wenig Platz hier oben im Flur. Dann nimm ihn doch mal mit runter. So, jetzt müsste hier aber genug Platz sein zum Üben. Oh, Mara ist echt ein bisschen übel, ne? Die arme Maus. So, Jonas müsste jetzt aber auch bald von der Arbeit kommen. Moritz, du sollst aber bitte an deiner Aufgabe arbeiten. Ich weiß, dass du echt gerne Sport machst. Das ist auch sehr löblich. Aber du musst deine Schelmfähigkeit auf 10 kriegen, bitte. Ich sag's dir nicht nochmal. Oh, das hat gut geklappt. Und? Hat er das jetzt schon gelernt, oder was? Oh mein Gott. Er kann jetzt grabbeln. Wow. Oh mein Gott, wir üben mit ihm stehen. Oh, jetzt ist er aber sehr müde. Muss er ins Bett. Und Moritz muss in einer Stunde zur Arbeit. Aber ich glaube, er schafft es nicht mehr, das voll zu kriegen. Liam ruft an. Ähm, ja. Wir gehen natürlich dran. Liam, du rufst an. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Oh, toll. Ich freue mich, dass du die Praxis von Mom übernehmen willst. Ich finde auch, dass es Zeit wird, dass sie langsam in Rente geht. Sie arbeitet viel zu lange schon. Und vor allen Dingen auch viel zu viel. Ich tue jetzt mal ihn auch sprechen, weil das ist jetzt, glaube ich, Einfaches für den Dialog. Ja, aber Mom will unbedingt noch ihre Finger mit drin haben. Ja, das glaube ich. Typisch für sie. Aber dann versuch ihr doch ein bisschen die Leitung zu überlassen, ne? Dass sie halt irgendwie das Büro managt und du untersuchst die Tiere und so. Ja, ja, genau so war der Plan. Cool. Das hört sich echt schön an. Ich finde, das ist eine echt gute, eine gute, eine gute... Ach, ihr wisst schon. Er ist gut. Kann er sich jetzt daran hochziehen? Was macht er da dran jetzt? Oh, nein! Oh mein Gott, Schatz, du kannst stehen? Felix! Wow! Felix kann stehen, Leute. Er wird so schnell groß. Still ihn mal schnell, weil er ist jetzt so müde. Moritz ist arbeiten gegangen. Okay, du musst ihn jetzt bitte stillen, Mara. Dann rufen wir Oma Trudi an, ob sie vorbeikommen kann. Oh je, Mene, ey. Naja, es hat jetzt nicht so gut geklappt, ne? Wow! Jonas wurde befördert. Er ist jetzt Freelancer, Artikelschreiber. Erhält 409 Simoleons. Bonus 38 Simoleons die Stunde. Neues Bild. Toll! Jonas, super gemacht. Mega nice. Dann lasst uns tatsächlich direkt zum Arzt fahren. Ich frage jetzt Trudi, ob sie zum Babysitten kommt. Da ist sie ja auch schon. Moritz hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Wie soll er sich verbringen ins Fitnessstudio gehen? Blocks nach Karriereratschlägen durchsuchen. Da er gerne befördert werden will, macht er das. Jetzt Leistungsverbesserung mittelgroß, krass. Und er wird den rivalisierenden Sim bei der Arbeit sabotieren jetzt, weil ihm das reicht. Er hat da gar keinen Bock drauf, dass da jemand jetzt so zu ihm ist. So, ich musste leider unser Kind nochmal wecken. Jetzt hat er einen Windelblatzer gehabt. Oh, geh schon, Kindchen. Ich mach das schon. Trudi, das ist echt lieb. Er hat gerade einen Windelblatzer gehabt. Das tut mir leid, dass ich dich damit jetzt alleine lass. Nein, 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 kein Problem. Ich bin die Oma und ich hab das super im Griff. Was hast du überhaupt vor? Ich muss nur kurz zum Arzt gehen. Zum Arzt ist alles in Ordnung, Kindchen. Soll ich irgendwas? Brauchst du irgendwas? Nein, alles in Ordnung. Aber ich muss gehen. Okay, ich seh dir zwar an der Nasenspitze an, dass irgendwas Wichtiges ist, aber ich werde nicht weiter nachfragen. Ich bin gerade ja wieder Oma geworden, weißt du, von einem kleinen Mädchen. Ich freue mich so und ich komme auch die Tage rüber und besuche Claire und Spencer. Oh, ja, mach das. Jetzt ab, ab, ab mit euch. Abmarsch. Ich kümmere mich um den Kleinen. Ich bin so gespannt, ob das Zwillinge sein können. Aber ich wäre nicht enttäuscht, wenn es ein Kind ist, weil ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann können wir mehrere Schwangerschaften mit ihr durchleben. Weil wenn es jetzt Zwillinge sind, werden wir wahrscheinlich nicht noch 14 Mal schwanger, wisst ihr? Lass uns gehen mit Jonas. So, ich habe jetzt mal mein Krankenhaus platziert. Ich habe nämlich auch eins gebaut vor kurzem. Das ist kompatibel mit der Childbirth-Mod. Jetzt bin ich in den Keller gegangen. Und ihr könnt es auch mit der Arztkarriere nutzen. Also so sieht das Krankenhaus aus. Das ist eher eine Klinik, also so eine Privatklinik als jetzt ein Krankenhaus. Soll ein bisschen cozier sein. Ist auch nur alles auf einem Stockwerk. Findet ihr in der Galerie unter Insandra-X. Genau, und man hat hier praktisch alles. Wir haben hier so einen Untersuchungsraum. Hier ist, oh, Hilfe, ich bin ja noch im Baumodus. Hier ist die Untersuchungsliege. Hier ist auch ein Geburtszimmer, wo die Familie halt in Ruhe sein kann, während das Kind geboren wird. Mit Badewanne, Ball, einem eigenen Badezimmer, auch ein Bett für den Partner oder die Partnerin. Genau, jetzt machen wir auf jeden Fall mal den Ultraschall. Bei der Präferenz sagen wir, dass wir nur wissen wollen, wie viele. Wir wollen, nein, es soll eine Überraschung bleiben mit dem Geschlecht. Genau, wir könnten uns ja wirklich auch bis zum Schluss überraschen lassen. Das fände ich auch irgendwie mal spannend. So was machen wir eigentlich auch viel zu selten, aber das ist ja wirklich richtig schön, ne? Die Spawn halt schon wieder auf der falschen Seite vom Krankenhaus, ne? Ich hasse das. Muss das Krankenhaus drehen. Let's go jetzt, Mara, komm. Nee, wo gehen die denn jetzt hin? Oh mein Gott, jetzt gehen die echt über den Garten. Oh nein, jetzt ist mein Gartenzaun gelöscht worden. Oh, meine Hecke. Na toll. Ah, Frau Hillegas, wie schön, dass Sie wieder da sind. Dankeschön. Ja, ich bin total aufgeregt, hier zu sein. Das ist, äh, weiß ich nicht, einfach, äh, toll. Ja, lassen Sie mich mal schauen. Oh mein Gott, kann es sein? Ich bin auch schwanger, ja. Wie, wie toll. Maxine, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, vielleicht gehen unsere Kinder ja dann zusammen in die gleiche Krippe. Das kann sein, ja. Wow. Wow. Toll. Ich freue mich. So, dann schauen wir doch mal. Oh Gott, sie muss so dringend pieseln, Leute. Müssen uns ein bisschen beeilen. What? No. Leute. Twins. Wir kriegen Zwillinge. Oh mein Gott. Die Ultraschalluntersuchung zeigt, dass zwei gesunde Babys in ihn heranwachsen. Das ist eine große Veränderung. Wir kriegen Zwillinge. Glaubst du das? Oh mein Gott, Leute. Das ist verrückt. Oh je, oh je, oh je, oh je. Zwillinge. Wie schön auch einfach. Wie schön. Das ist ja so aufregend. Wir kriegen Zwillinge. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin jetzt mal sehr neugierig, wie ihr das einschätzt, ob ihr mal ausnahmsweise, seid offen bitte, ja. Ob ihr ausnahmsweise mal sagt, hey, lasst uns überraschen, was die Geschlechter angeht. Ich finde es immer richtig cool, uns da auch einfach mal überraschen zu lassen, weil ich meine, Mara ist es egal. Sie freut sich super, dass sie schwanger ist. Und oh mein Gott, stell dich mal vor, zwei Jungs, ey. Dann hätten wir drei Buben. Das hatten wir auch noch nicht in einem Let's Play. Das wäre witzig. Aber naja, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Wenn natürlich jetzt alle schreiben, nein, ich muss es unbedingt wissen, dann können wir natürlich drüber reden. Dann gucken wir halt. Aber ich glaube, ich fände es cool, wenn wir es mal nicht erfahren. Wenn wir uns überraschen lassen. Und oh mein Gott. Das war ein wilder Part, ey. Ich wollte so viel machen und am Ende sind wir einfach schwanger geworden. Das war gar nicht so vorhergesehen. Krass. Mit Zwillingen. Aber ich freue mich jetzt total und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe sehr viel scheinbar, ne? Ja. Wir sehen uns im nächsten Part, meine Lieben. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssli.